moin leute ich bin es wieder euer jack wie der ein oder andere am t-thema wieder gesehen hat geht es heute um den elektriker elektriker job geht einfach rein hier ist lohn abholen ja da muss man jeden hin rennen dann bekommst du ein fahrzeug so da wolle auf seiner karte etwas markiert ihr bekommt die unterschiedliche autos nicht immer das gleiche da müsst ihr hier gucken auf dem foto was markiert ihr werdet es finden in dem ihr sucht ja das war hier dass der blaue punkt ist es könnte markieren und wir sehen uns wenn ich da angekommen bin wieder angekommen am punkt müsst jedes mal ausschalten noch solch ein kassen ich würde mich natürlich sehr drüber freund würdet ihr euch dementsprechend auch arbeiterklamotten anziehen ist kein muss wird auch das ap steigern somit müsste dann hier fehler beheben und wenn ihr das getan hat bekommt die nämlich jetzt ja dann kannst du zwei nächsten job machen es gibt mehrere punkte und am ende das ding ist ein lohn holen wohl würdet ihr dann halt dementsprechend geld bekommen und die könnt ihr alles machen ich würde sagen wir machen das jetzt einfach alle mal durch und dann gucken wir am ende wie viel geld bekommen wir sehen uns dann am nächsten punkt angekommen muss ich mich ja doch korrigieren ihr müsst auf jeden fall noch solchen elektrischen dingern hier suchen und er sucht ja immer und guckt welche fehler ist natürlich gerade gibt welche euch gemeldet worden sind und somit sehen wir uns dann wieder beim nächsten punkt bis gleich so mit einem kommen am vorletzten punkt ist auch immer ein bisschen klettern um euch ein bisschen sportlicher zu bewegen wieder fehler beheben gleiches spiel wie vorher und somit würde ich sagen sehen wir uns am letzten punkt somit angekommen am letzten beheben wir nochmal den fehler dann sollten wir eventuell eine meldung bekommen dass wir fertig sind denn es gibt keine weiteren punkte mehr richtig jetzt dürfen wir in die firma fahren und wir sehen uns wieder bei der firma bis gleich somit angekommen bei der firma haben wir ab verboten natürlich damit die polizei ein bisschen meckern kann dann hören wir uns jetzt hier irgendwo und ab ihr seht 750 und somit würde ich sagen wir sehen uns bei dem nächsten video bis zum nächsten mal ciao